noch machen und wieder ist er auf dem posten der ist wirklich schier unüberwindlich es bleibt beim unentschieden jetzt greift er ihn an jetzt ist es soweit sie sind vorne was für ein toller treffer aus ganz weiter ferne unglaublich wie sie ihn da machen lassen als wüssten sie nicht dass er aus der distanz gefährlich ist da hat er toll maß genommen und voll abgezogen keine chance für den keeper ok dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive